Jede Woche die besten Angebote im Sale Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFABROT Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Der allererste Pick Leute, der allererste Pick Ich bin gespannt man Oh mein Gott, jetzt wird es spannend Der allererste Pick Er geht rein, er geht rein Okay, wir haben einen Sola, wir haben einen Deko und einen Owen Warum ist da kein Cruyff, Pelé und Maradona? Schwierig Schwierig, schwierig, schwierig Also wenn, dann finde ich Sola schon noch am besten von den 3 Mittleres Icon Pack, ich drück dir die Daumen Smalling habe ich gestern verpasst Ja, da war ich schon im Land der Träume, Max GG auf jeden Fall Smalling ist lecker So, ich drück dir die Daumen Ich will eine gute Flagge sehen Icon Wahl Nummer 2 Komm ja, jetzt will ich einen guten Ich will einen guten EA, mach jetzt kein Auge Gönn einfach Gönn einfach Digga Coman von Basten und Raul Das ist auch nicht so nice So, wir haben die dritte Auswahl am Start, Leute Wir haben die dritte Auswahl am Start Ich beschwöre jetzt den EA-Packler-Gott Ich drück dir die Daumen, Digi, dass was Gutes drin ist, Mann Ich gönne ihm, ich gönne ihn auch, Mann, von Herzen Ich will jetzt hier einen guten Pick, Mann Am besten so R9 und Pelé, dass man absolut gar keine Ahnung hat, wen man überhaupt nimmt Kappa, weil das wird eh nicht bei EA sein, aber ich gönn dir So, geh rein in den Lachs Geh rein in den Lachs, komm EA Schon wieder Coman Lampard und Bergkamm Ich weiß nicht, was ich von den Picks halten soll, Mann Real Talk Aua Ja, schon das dritte Pick, wo man schreibt, Aua Ich drück dir die Daumen Wann ist es süß am Donnerstag wegen Rewards? Morgens, Neo Um 7.30 Uhr fange ich schon an Ihr könnt den ganzen Tag ziehen, wenn ihr Bock habt Komm, fragen kann ich was Gutes Oh, nein Doch, doch Ich war irgendwie bei Pires Ich hab nicht gewusst, ob der LM ist oder ZOM, Mann Let's go, Zidane Let's go Stark, Mann GG Ich war Real Talk Real Talk Ich war nicht Überhaupt gar nicht bei Zidane 0,0 Ich war irgendwie bei Pires oder bei, was weiß ich Bei Haji, dem alten Franzosen Geil, Mann GG Ich will jetzt einen gescheiten Pick Ich will jetzt einen gescheiten Pick, Mann Komm schon auf Spielerwahl Nummer 4 Ich will den gut nehmen Was? Shareplay, was? Maradona Maradona geht zwar noch besser Aber komm, scheiß drauf Nachdem die Picks so wild kacke waren Ist Maradona Einfach Einfach so gut Einfach so gut Stark, Mann Also ich würde mit Maradona gehen Nein, Carlos Carlos Alberto Sag ich schon Roberto Carlos Ist halt ein Verteidiger Ich bin gespannt, was er pickt Mach so, wie du willst Lass dich nicht vom Okay, ich wollte schon sagen Lass dich nicht vom Chat Ein Er nimmt Maradona Starker Pull Starker Pull Kann man sich nicht beschweren Das ist ein Verteidiger Das ist ein Verteidiger Das ist ein Verteidiger Das ist ein Verteidiger